Willkommen im Musikzimmer. Heute bin ich nicht allein hier, denn heute ist Johannes bei mir. Hallo! Wir zeigen euch heute ein Klatschspiel. Das geht ganz einfach so. Das kennt ihr vielleicht sogar schon. Ich zeige euch aber heute einen kleinen Trick, wie man es noch ein bisschen musikalischer gestalten kann. Das Klatschspiel geht so. Klatsch, rechts, klatsch, links, klatsch, hoppel, kreuz, hoppel, klatsch, rechts, klatsch, links. Klatsch, doppel, kreuz, doppel, klatsch, so. Der Johannes und ich, wir haben das schon geübt. Genau. Und das kann man jetzt auch zu einem Lied von mir machen, nämlich im Musikzimmer Nummer 2 ist das Anstelllied. Es ist Zeit erschienen. Wir machen jetzt zum Sieg. Es ist Zeit, Zeit, wir stehen zu zweit. Es ist Zeit, Zeit, wir stehen zu zweit. Hallo, liebes Nachbarkind. Schön, dass wir schon fertig sind. Keiner von uns steht allein. Das ist allein. Es ist Zeit, Zeit, wir stehen zu zweit. Es ist Zeit, Zeit, wir stehen zu zweit. Wir warten auf den ersten Schritt. Hallo.